Der Rixhammerplatz in Lohne im Kreis Vechta drohte bei der Fußball-EM-Begegnung Deutschland gegen Nordirland am Dienstag, den 21. Juni, einmal mehr vor Menschen überzulaufen. Wie in Vechta oder im benachbarten Damme genossen die Fans den Fußballabend unter ihresgleichen. Das sommerliche Wetter sorgte mit angenehmen Temperaturen dafür, dass keins der zahlreichen Nationaltrikots trocken blieb. In der Gemeinschaft zeigten die Besucher, wie Public View Spaß machen kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017